Die Spuren der Explosion im Grimauer Ortsteil Mutschen sind deutlich sichtbar. Laut der Polizeidirektion Leipzig drangen Unbekannte in der Nacht zum 30. Dezember gewaltsam in die Bankfiliale ein und sprengten einen Geldautomaten. Dieser wurde komplett zerstört. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, heißt es in der Meldung weiter. Zu möglichen Stehlschaden gibt es bis jetzt noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion auf. Die Sparkassenfiliale ist bis auf Weiteres geschlossen. Das benachbarte Bürgerbüro ist von der Explosion nicht betroffen und hat im bekannten Zeitfenster geöffnet.